so ihr lieben willkommen zurück zu einer neuen völker es 19 bekommen mal in amerika gut ich habe jetzt hier ein schwarter und sammeln und zum wenden gut ich würde sagen wir wenden auch schon mal die ganze kommen dass wir da ein bisschen raus bekommen auch ein bisschen heu raus ein bisschen heu muss sein normalerweise sage ich immer ein bisschen krass muss sein aber heute machen ja recht hätten hoch ein bisschen krass noch machen gehen wir uns auf geben wir uns auf so 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 die themen uns auf 4 oder mehr gras als heute ist aber auch nicht so schlimm schauen wir was dann mal reinpassen gut müssen wir mal gucken ich glaube weizen promenie strober mit dem mischfutter und nahe zum augen eigentlich wo man stro her bekommen also wie gesagt wir haben jetzt eine asche haben wir jetzt gerade gemacht jetzt macht man heu oder warum wird auch noch stroh aber gucken was treu her bekommen weiß noch wo muss vorher bekommen sollte man vielleicht schlafen wo auf der helfer das so durchzieht darin können wir das nämlich schon mal durch sparten wir gucken weil wie gesagt ich lasse kartenhelfer laufen auf der die andere bahn nimmt dann gehen wir nämlich auf den anderen trecker und holen und schnell und sparten das mal macht sich dann ein vorbein sammeln da macht das schluss 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 schwarz müssen wir dann selber machen also wie mal gucken gesagt das wohl gibt mir jetzt eigentlich schon mal anfangen damit oder ich wirst nicht unter marco oder leben wir machen die drei bahn so glaube ich drei bahn noch ja die woche durch den kretsch dann sparten wir das und sammeln dann auch würde ich mal sagen also das ist doch eine bahn also noch drei meine also noch drei bahn sage ich mal oder trotzdem brauchen wir strom müssen wir gucken wo strom dass wir euch wo stroh finden gucken die eignis sind vier bahn also ach gottchen ich habe da drüben michein ist ein wach na bahn wir sind gut Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Mensch Ach, die Helfer Warum können wir nicht einfach nur... So, mach da hin Nein Bleibt ja der Hälfte liegen Und cool Ja, und cool Ja, stimmt, ja Da ist noch eine Bahn Rechts Die da so an der Seite vorbeiführt Ja, okay Und kriegt man auch noch hin Von der Saal So. 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 Stimmt Weizen, also wie gesagt, wir brauchen noch Weizen, dann können wir Mutti gut kaufen. Stimmt Weizen, also wie gesagt, wir brauchen noch Weizen, also wie gesagt, wir brauchen noch Weizen. Wir brauchen noch Weizen. Wir brauchen noch Weizen, also wie gesagt, wir brauchen noch Weizen, also wie gesagt, wir brauchen noch Weizen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Whoa! Oh, y'all! Alles gut, oder? Ich munter von aus. Ich munter von aus. Ja, gut, 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 ihr Lieben, ja, ich warte mal, dass noch in der offenen Pause, schmarte ich das noch fertig, das Feld. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wie ich, äh, ja, mir mal sammeln. Alles gut, ihr Lieben. Und somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes, mega Daumen euch und viel Spaß bei LS19 und auf meinem Kanal. Tschö, tschö.